Und wir gehen 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 Hallo meine lieben Freunde und seid damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege rankt zusammen mit dem Fuxi Kupfer Ja, Road From Silver to Copper Zumindest bei mir Oh, ist das ein Mädchen? Auf jeden Fall wird es jetzt erst mal genutet Ja Okay Ist das ein Mädchen mit so ein niedriges Kind? Ich weiß nicht Ich mute einfach mal Warte mal, ich bin grad dumm Ey Keine Ahnung, das war Ich wünsche euch noch ein schönes neues Jahr Ich hab's leider, weil mein Internet ist ausgefallen über Silvester Deswegen konnte ich keine Folge hochladen Ähm Ich hoffe ihr seid gut reingerutscht Habt euch nicht verletzt Ähm Ähm Schaut auf jeden Fall auch mal bei dem Martin Soppe vorbei Link zu ihm ist in der Videobeschreibung Das ist mein Cousin, der hatte ein mega Feuerwerk Für, ich glaub 800 Euro oder so Oder mehr Ich weiß grad gar nicht Ähm, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei Er hat auch die 1000 Abos geknackt Ja Was mach ich denn Ja Ich bin einfach mal lügen Und auch wer ihr auf Wolkenkratzer Ey, hallo So Ich bin grad so dumm Was heißt, was heißt gerade eigentlich bin ich das immer, aber Ich höre gar nicht zu, aber okay Genau, Fuchsi hört nicht zu, das sind wir ja schon gewohnt von ihm Danke Ich fühl mich geehrt Ey, das ist Okay, ist das jetzt wirklich ein junger Mädchen, ne? Ich weiß nicht, ich hab ihn gemutet, weil es mir auch so bunt wurde Ich hab es gemutet, bitte Wissen nicht was es ist Ich hab das Ich hab es Ich hab es gemutet Wusch Ich will das Teamgerät dann nicht kaputt machen Ah, da war ja das Fenster offen Hä, genau Aber die Achso, okay, die hat Hälfte leben Schade Ähm Killisch ist So, schauen wir mal den Schubsi zu Nö Doch Alter, alter Bumm Bumm Hm, peng Komm, machst du Alles gut Hast du gut gemacht Ich bin stolz auf dich Hast du gut gemacht Halt 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 Du hast Halt Ich guck mal Camps Ob ich ihn finde NICE FOXY, NICE SHOPSY NICE So Gut gemacht Gut gemacht? Gut gemacht Ich bin auch völlig behindert Ähm Man hat Hintergrundgeräusche gehört Oh mein Gott Oh, meine Kamera fokussiert Okay Fuchsi müde, Fuchsi schlafen Äh Fuchsi macht ins Tintel Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe Aber auf jeden Fall fällt mir gerade auf Dass durch die Brille nicht mehr so sehr spiegelt Wie bei der alten Brille Wo auch immer die ist Achtet um Okay Werden will Fuchsi jetzt team killen? Äh, alle Mich selbst Nein Die sind oben Die sind oben Upstairs Der einzige, der nicht deutsch ist, dieser Karyat Ja, weil den Lappen ist Achtung Wenn man auf Bannen, ne? Achtung, Cup-Kantraps Bader Karyat Report-Toxic-Behaviour Das ist gut, dass man, wenn man so eine Cup-Kant-Falle sieht, dass er aber trotzdem nicht aufgeholt hat, dass dort nicht erkannt wird, was Cup-Kantraps Dass da oben nichts Fragzeichen bekommt Ja, ist so Wenn wirklich ich hier in der Cup-Kant-Falle Was will das wohl sein? Rekrut oder so? Ich hoffe, ich will mich Ich habe wieder getroffen Ich habe es genau gehört, ich habe sie getroffen Klettert auch hoch Lol, er will sein Dings nicht ziehen Will mich verarschen, der will seine Leine nicht ziehen Seine Leine? Ich will mit nem Hundgas-I-Can Hier ist sein Hoch-Zieh-Gerät Die Esch hat meine Throne kaputt gemacht Das macht die Esch kaputt Fuxi, kannst du mir helfen? Nein, kann ich nicht Aber bitte ich verrecke Verzeig mich du auch Ich sterbe dann mal so lange vor mich hin Segenwunde Legion Ich weiß nicht wo Legion ist schon lange tot Ja, aber das ist eine Legion, meine Dings Nein, dann dreht rein Ein bisschen Gleich bin ich tot Wenn mir keiner hilft Komm mit, komm zu mir Komm zu mir Ich kann nicht mehr, schnell Alter, ich habe noch das, was du dran hast Irgendwo, wenn ich das fliege mir Wie viel Damage macht die Zeh, der Mann Lass du bitte vor Lass du rein Khi, rauf Kürbchen Der ist auf Kürbchen Wolling Wolling da kam er ach ich weiß nicht, das ist wieder eine gute runde, ne? ja, 2-0 bis jetzt schon, ähm, barbecue ey, barbecue nehmt mir wen anders, ne, ich wollte grad, momentan hier bin ich eigentlich für mich behindert mhm, barbecue schreibt mir mal in die kommentare, ähm, wie viel ihr für knallzeug ausgegeben habt, oder ob ihr gar nichts, ja, genau, soll ich gerade sein, oder gar nichts ausgegeben habt so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Monkey, Marvin Hä? Genau Und er kriegt keinen Schaden Schubs oben ist Checker Und jetzt oben Warte, ich lucke Sieht so aus Ja, ich hab den nämlich auch nicht gekriegt Und bei mir saß so aus wie ein Headshot Hat der wohl Headshot oder so? Ja, hatte der bei mir auch Und ich hatte den... Ich hab's ja... Also ich würd denken, ich hab den Headshot reingedrückt Kannst ja dann bei mir noch mal gucken, aber... Für mich sah es so aus wie ein Headshot Oh, bei der ist das Rot nicht gut, das ist gar nicht gut Ja, ich hab den Headshot Ja, ich hab den Kontrollers machen ich hab den typen nicht verstanden ich weiß nicht ich hab die alle genutet weil es mich angenervt hat angenervt gut ist deutsch weil es mich angenervt hat ist doch deutsch hier hier der Container und sichere es. Ich verstehe, warum man hier nicht Dingsen will. Dingsen, genau. Na, Dingsen. Lol. Fiegt dein Schild. Mach so. Da ist auch keine Kraftkampfballe, aber es war ganz einfach. Aber wenn du links, links ist ein Schild. Ja. Und leasen. 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 Bro, die ist ja hochgekommen. Ja. Nicht die andere Seite. Aber Achtung, passt auf rechts, genau da. Und wo das jetzt? Guck da, ok, hab gar nicht gesehen. Du bist da in was reingetreten. Hm. Runde 4 verloren. Wie steht es denn jetzt eigentlich? Ich glaube, ich habe einen Köln. Runde 5. 2 und 2. Achso, ja. Hm. Geht's immer. So. So. Und ich hoffe, diesmal ist mein Mikro nicht zu leise, wie in den GTA folgenden Stand. Als Kommentar drunter, dass mein Mikro zu leise wäre. Nicht zu laut. Die Musik zu laut. Aber ne, so dürfte es hoffentlich passen. Und ja, bitte nicht wundern, warum das letzte Video was zu Weihnachten... Ne, das... Ne, zu Weihnachten. Das letzte GTA-Video oder so was es war, in so einer nicht so guten Qualität war. Aber ich hatte nicht viel Zeit und es war relativ groß, deswegen ging's nur in der miesen Quali. Und ja. Aber ich hoffe... Welche Qualität denn? Es war zwar 720p, aber es hat sich angefühlt wie... Ja, ich sehe okay, nein. Hat sich aber angefühlt wie... Muss ich unbedingt 1080 sein, so? Ne, es hat sich aber angefühlt wie 360, weil bei mir sieht 720 bisschen blöd aus. Ich weiß nicht. Ich werde jetzt von Ticken, Bruder, Bruder. Ich wollte gerade roam gehen, denn bis ich gemerkt habe, dass ich Doc habe. Da geht es nicht so einfach. Da geht es und ich weiß nicht. Ich habe einen Wicht zu über den Hostiles. Der Film zu über den Chirinkern. An одним im Knopf. Der Film zu über den Hammer. Ich habe einen Schirinkern. Auf den Schirinkern. Der Form war die Verweigungen in meinem Flüchtling. Der Film zu über den Gart. Hä? Von wo denn? Darf ich jetzt füssen? Ja genau, natürlich, 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 so, okay, ja, 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 ja Gut. Nice. Okay. Da dürfte es jetzt 3-2 stehen. Vielleicht ist es doch nicht von Silber auf Kupfer. Aber ich will nichts überstürzen. Ach nein, zwischendurch ist es noch Bronze. Ja. Nee, doch, oder? Kupfer Bronze geht's, ne? Fuchsi? Ist Fuchsi gemutet? Fuchsi, du bist... Fuchsi, du bist gemutet bei TS. Komplett. Achso, deswegen... Hä? Hä? Hä, was sagtest du? Das ist die... Bro, ich hab grad das Kot geöffnet. Ich hab jetzt keinen Bock auf den Sieg kommt, den Sieg schließt. Mein Buch so. Oha, ein Rügel, die zu schütteln. Pff, ich hab' immer droh'n ins Klo gesprungen. Na und sieht frei aus. Pff, so. Können wir jetzt gewinnen. Okay, wir warten, dass die dann wollen, dass wir bleiben und so weiter spülen wie ihn. Ja, fällt aber aus. Also, zumindest hab ich dann... Kein... Also, ich weiß jetzt zwar nicht, wo wir sind, weil ich... Okay, die war schon down. Na, die ist ich, ich weiß, wo sie sind. Biohazard Container located. Das ist ein bisschen. Genau, aber... Ah, das ist doch... Kein... 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 Buh, ha, wie er da hoch kam, wie so'n Stehaufnäckchen. Es, es juckt ihn nicht. Äh, er hat, du, vielleicht 20er-4 verloren. Und tatsächlich hat kein Blutus zu einer Fresse, ne? Ja. Ich bin mega schrocken, als dort Cabrera rechts stand und ja, ich weiß nicht, ob ich meine Claymore gesehen habe, bestimmt schon. Hätte ich noch nichts gesagt mit Silber, so'n Dings, das wird wohl nichts. Links. Über ihn, über ihn. Jawohl, ich hab'n Kill gemacht, mit ner Claymore. Wie ich mit zwei Kills, wie ich mit zwei Kills einfach letzter bin. Hey, was war der? Durch, durch was ist er jetzt, durch was hat er jetzt, er ist, er ist an der Wand, wo der, wo der Schockdraht war, ganz sehr schön an der Wand gestanden. Ach du Scheiße. Nach der Damage ich bekommen. Ach du Scheiße. Nee, nee, das war, oh Gott, nee. Ist so dumm ja noch nicht mal ich. Ja, eigentlich schon, aber ich mach' so was nicht, sag mal's mal so. Guck mal, ich hab' zwei Kills und bin weiter unten als jemand mit Null Kills. Erstmal hier, Toxic Behaviour, weil das ist bestimmt ein Cheater, der cheatet sich schlecht. Jetzt wird's interessant, ich will nicht noch weiter als selber drei Runde, ich war heute Gold 4. Dank Julia natürlich, aber ist ja egal, ich war Gold 4. Ich schicke den Typen, ja. Der Fühlberg ja. Ich wollte ja gar nicht mal da springen. 10 Sekunden, 2 Insertion. 5 Sekunden und Counting. Op 4 ist in der Biohazard-Container. Reinforcing the Wall! Reinforcing die 1 1 2 1 1 1 2 2 Okay. Mama. Hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Als ob der nur so wenig Leben abgezogen bekommen hat. So, wenn du in die Claymore reingerannt wärst. Äh, als Verteidiger eine Claymore wäre eigentlich so zucker. Ein bisschen gucken, ob das Kabel, was ich mir hier geholt habe, ein bisschen billig ist. Ja, gut. Ich tue uns jetzt noch. Da schon raus, genau. Ich hab sogar ein Assist. Tach. Wie sich mein Glück lohnt, ne? Ja, lol. Ich hab aber ein Assist bekommen. Bin trotzdem letzter. Scheiße. Ähm, dann nehmen wir jetzt mal ganz oldschool... Moment, nein. Nicht mal Tanja, nicht dumm. Also, hier wird mir Z geschrieben. Super, dass ich's vorhin die ganze Zeit falsch geschrieben hab. Hm, ja. Locate the biohazard container. So. Uh-huh. Uh-huh. Hello, ich hab ihn gefunden. Egal. Mach so gut, ich war nicht drin, ich hab ihn weise. Fuxi, warum guckst du da oben eine Cam an? Was war das jetzt? Ist Fuxi schon wieder gemutet? Nein. So, bin da. Okay. Ich hab ihn mir jetzt einfach die Dings geholt. Nein, warum? Nur so offen wollte er wissen. Nack, nack. Hä? Genau, und er stirbt nicht. Ich hab ihn mindestens schon übel viel helles... Der Bandit, der ist der G-Shark, der ist irgendwie... Hacker. Keine Ahnung. Nack, nack. Wo waren die Claimers? Wir hatten die Claimers kaputt gemacht Weiß ich nicht Achso Das ist ein unendliches Match Wir sind jetzt schon bei 33 Also ihr wisst bescheid Das Video wieder scheiß Quali Aber ich kann das Video ja nicht 2 Tage hoch oder 3 Tage hochladen lassen Ähm Achso ja Weil sonst habt ihr So lieber täglich ein Video Was vielleicht etwas niedrigeren Quali ist Was man aber trotzdem noch gucken Und in Ziffern kann Und dafür Öfter Videos Wenn ich es nicht so ganz schaffe Wieder jeden Tag Ver statut Secure the room We need to protect the biohazard container Ich muss sagen, die geben wenigstens Colts, äh Colts. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich habe es gemütet, keine Ahnung, ob die Kursen sind. Wir sagen so, äh, ja, einfach. Sorry, Frost, I have this for your Frost map. Bye, we're following the floor. Komm mit mir. Du gehst hier links runter, campst hier mit der Steiger, und ich gehe hier und gebe der Steiger. Was camp ich ab? Du campst bei dir Steiger hier. Hab ich hier stehen. Der kommt da. Kommt bei mir unten. Hier runter, runter bei dir. Okay, er läuft weg. Was ist das? Was ist das? Okay, injury assist and kill assist. Durchgewandt durch. 1-Tap! Die war echt 1-Tap! Loll! Guck! Achtung! Achtung! Weg war's! Und dann haben wir jetzt Rank gewonnen! Der... Die Anmots... War dann doch nicht so... Ähm... Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da! Ähm... Genau! Wegen dem Feuerwerk-Shop bei dem A-Team vorbei! Und damit verabschiede ich mich rein! Bis zum nächsten Mal! Ciao ciao! Ja! 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 Vielen Dank.